Hi, hi, halli, hallo, hier ist wieder euer Amazonas-Po. Wir haben vier Pakete, äh, Vorsicht bitte, wir haben die Pakete, äh, die Woche meine ich vier Pakete. Genau, ja, ein Paket im Paket, mhm, 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 mhm. Noch eine Schere, mhm, Running with Scissors war das Motto von der Spielreihe Postle. An der Postle, äh, entsprach eins zu eins meiner Fantasie. Für alle, die nicht wissen, was gemeint ist, Postal im Internet eingeben, aber jeder durfte das kennen. Ein Gruß von Cedric Wernicke, damit die Flöte auf den rechten Weg findet. Mh, wie biete ich das Vaterunser? Wie bete ich das Vaterunser? Oh, ach so, wie biete ich das Vaterunser? Och du, mhm, um Himmels Willen. Jawohl. Hoffentlich etwas Süßes. Mh, bitte lieber Amazon Gott, lass es etwas Süßes sein. Aber nein, es ist Heimtier, streu. Nee, bitte nicht. Na gut, na los, haut drauf. Ach, jawohl. Mh, mh, moh. So, ja, stimmt, der Feinstaub. Oh nein. Ist der verdammte Wahnsinn. Ja. Ach, scheiße. Jetzt muss ich, äh, jetzt muss ich unbedingt ein Kleintier auftreiben. Ja, vielleicht finden wir eins in der Heide und dann, äh, geben wir dem das Streu. Und dann, äh, geben wir den, 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 ä